Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotscha da und schon bin ich da für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, was ein bisschen nerviger sein kann. Und zwar ist es dieses hier Schlachtruf von Crexus. Und das ist ein Toy, das ist in einer Kiste drin. Und diese Kiste befindet sich hier einmal in Maldraxxus. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 44, 42. Wenn ihr hier seid, habt ihr bei dieser Weggabelung hier, bei dem Theater, ein kleines Gebäude. Und in diesem Gebäude ist eine Kiste drin. Diese Kiste könnt ihr jeden Tag looten und ihr könnt die auch mit jedem Covenant jeden Tag looten. Das einzige Problem an der Geschichte ist, dass hier normalerweise ein Gitter davor ist. Und dieses Gitter muss halt offen sein, dass ihr rein könnt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, das Gitter wegzubekommen. Möglichkeit Nummer 1 ist die normale Möglichkeit. Ihr seid eine Necrolorger, habt eure Monstrositätenfabrik, ich glaube auf 2 oder auf 3, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, abgegradet. Ich meine auf 2 war es. Dann könnt ihr hier so einen Mob anquatschen, wie Sektus heißt der. Den müsst ihr in ein paar so Verbände bauen. Das könnt ihr auch bei der Monstrositätenfabrik machen. Dann begleitet ihr den einmal hier quer durch die Zone. Dauert irgendwie 10 Minuten, haut ihm die ganzen Mobs weg und der lasert dann das Tor auf. Das ist Möglichkeit 1. Wie das genau funktioniert, habe ich schon in meinem Transmog-Video gezeigt. In der Kiste ist nämlich unter anderem auch ein Transmog-Teil drin. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Solltet ihr aber nicht machen, wenn hier einfach das Tor zu ist, dann macht ihr folgendes. Ihr geht in die Suche-Quests, gebt hier mal Draxus ein und hoppt einfach in irgendwelche Gruppen rein. Also gut, ich sollte aus meiner Gruppe rausgehen. Hoppt in irgendwelche Gruppen rein. Es sind hier viele Quest-Gruppen drin, da werdet ihr oft auch schnell eingeladen. Seht ihr, dann werde ich instant eingeladen. Und dann schaut ihr, ist das Tor offen und könnt quasi einfach reinlaufen. Das ist die schnellste Möglichkeit, um quasi dieses Tor aufzukriegen. Dann könnt ihr das nämlich auch mit jeder Covenant machen. Die Kiste könnt ihr einmal pro Tag looten. Ich habe die jetzt gerade auch schon aufgemacht gehabt tatsächlich. Und nun endlich das Tor rausbekommen. Hier, Schlachtruf von Krexus. Hat eine Drop-Chance von 4%. Zumindest laut WoW-Head. Da gibt es auch einige Kommentare, dass das alle Covenants looten kann. Ich habe es jetzt tatsächlich mit einem Necrolord-Covenant bekommen. Wie gesagt, auf WoW-Head steht, tatsächlich, dass es schon Kyriana, Venture und alle möglichen bekommen haben. Ich vertraue dem jetzt einfach mal. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dann macht das mit einem Venture, mit einem Necrolord-Char. Ich habe hier einige Tries gebraucht, um das Ganze mir holen zu können. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Monate mit vier Chars das gefarmt. Also gut über 100 Tries habe ich gebraucht, um es zu bekommen. Ich denke mal, ich hatte leider einfach Pech. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Glück habt. Und ja, dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr da mehr Drop-Glück habt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal das Toy an. Und zwar lernen wir das mal. Schlachtruf von Krexus wird einmal eingesetzt. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ding aussieht. Schlachtruf von Krexus. Das müsste ähnlich aussehen wie die Geschichte von Mechagon, dieses Hologramm. Genau, wir stellen hier das Ding auf. Da haben wir hier den Werten Krexus. Deshalb den Primus ergeben. Okay, das hat sogar eine Voice-Option. Sieht ganz cool aus. Krexus war ja der, oder ja war, muss man sagen, ist ja hops gegangen. Der Anführer von dem Haus der Auserwählten. Und jetzt haben wir zumindest so eine kleine Erinnerung an ihn. Ist auf jeden Fall ein ganz schickes Toy. Gut, um es nochmal zusammenzufassen. Ihr lauft hier runter zu dem Gebäude. Koordinaten 44, 43. Schaut, ob es offen ist. Wenn es offen ist, lauft er rein. Lootet die Kiste raus. Seht ihr, jetzt ist hier zum Beispiel gerade das Tor zu. Und jetzt müsste ich, wenn es dann zu ist, geht er einfach ins Tool unter Quests. Mal Draxus eingeben. Und dann könnt ihr einfach hier hoppen. Cueht ihr euch halt in alle möglichen Gruppen rein, die ihr so findet. Irgendwo werdet ihr angenommen. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr hier, auf dem Server ist das Tor schon auf. Da hat einer schon Vesectes durchbegleitet. Lauft rein. Lootet die Kiste. Wie gesagt, einmal am Tag machbar. Mehr ist es nicht. Selber den da runter zu begleiten, könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr Necrolord seid, dauert aber ewig. Würde ich nicht empfehlen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.